Der hätte können rauskommen und dir einfach das Gehirn wegpusten. Blut geströmt, hier raus, er hat gelegen. Ich habe gedacht, der wäre tot. Wenn du Glück hast, kommst du lebend davon. Runter und du siehst einfach nur noch Waffe. Und Nate sagt, Deckung, Deckung. Es ist viel noch Schüsse. Bam, bam, bam. Dann wollte ich meinem Leben ein Ende setzen. Ich bin auf Selbstmordgedanken, bin ich gekommen. Herzlich willkommen auf dem Lifeline-Kanal. Neben mir sitzt René. René war in Amerika in Bandenkriege verwickelt, hat in Deutschland Drogen getickt und irgendwann so kein Geld mehr und so Depressionen, dass er desperate war und sogar die ekligen, haarigen Cornflakes unter seinem Sofa gefuttert hat. Bevor es losgeht, ihr könnt diesen Kanal hier unterstützen, indem ihr ein bisschen was spendet, indem ihr ehrenamtlich mithelft oder indem ihr zum Beispiel in unserem Lifeline-Shop vorbeischaut. Dort haben wir solche Hoodies und der Erlös geht zu 100% in den Kanal. Und jetzt geht es mit dem Interview los. Wir haben eben gerade schon angekündigt, du hast Verbindung nach Amerika. Wie kommt das? Durch meinen Stiefvater. Er war halt praktisch in der Army war der tätig. Dadurch, wo er dann immer mal versetzt wurde, bin ich dann mit. Aber du bist in Deutschland groß geworden? Ich bin größtenteils in Deutschland groß geworden, um genau zu sein in Rheinland-Pfalz-Area. Man hört es dir auch so ein bisschen an. Ja, der Slang. Und würdest du sagen, du hattest eine schöne Kindheit? Nein. Wie kommt es? Damals in der Schule bin ich oft gehänselt worden. Also die haben sich dann, ich war immer so der Junge, so mit den breiten Klabotten dieser Rapper. Und die haben mich damals, weil ich immer 50 Cent gehört habe, haben sie mich immer 50 genannt. Dann haben sie sich, sag ich mal in der Schule, haben sie sich um mich gestellt und haben nämlich praktisch da rumgeschubst, meine Kappe mir abgenommen, haben da reingespuckt und so. Also es war schon alles so wild. Also wenn man dann mit solchen Sachen zu tun hat, dann musst du dir mal vorstellen, was das mit dem Inneren macht. Du bist gefangen, du probierst da raus. Ja, und dann kommst du nach Hause, du erzählst es der Mama und sie nimmt es nicht wirklich wahr, indem sie dann sagt, ey komm, mach mal später, ich habe gerade momentan zu viel zu tun. Und aus diesem später wurde dann morgen, aus diesem morgen wurde dann nächste Woche. Und irgendwann erzählst du deine Sachen nicht mehr, die dich beschäftigen, weil du genau weißt, es wird dir nicht wirklich zugehört. Du wirst nicht wahrgenommen. Ja. Du bist dann deinen eigenen Weg gegangen? Ich bin meinen eigenen Weg gegangen, ja. Wenn man von zu Hause keine Aufmerksamkeit bekommt, du suchst dir irgendwie draußen. Alkohol kam dann recht früh, dann auch direkt, sag ich mal, mit drauf. Das war so 13. Deine Mixerie hast du dann getrunken. Ja, und dann kam das Kiffen. Und da, sag ich mal, in diesem Zeitraum, wo die Sache mit dem Kiffen und mit dem Alkohol, so Musik, war für mich schon immer, auch schon seit meinem achten Lebensjahr, wo Musik sehr, sehr präsent in meinem Leben war, aber Hip-Hop, Rap, das war so mein Ding, ja. Also ich bin damit groß geworden. Meine Mutter hat sich das immer reingezogen. Ja, Tupac, Snoop Dogg, Eminem. Und dann habe ich angefangen, so mit 14 meine eigene Texte zu schreiben, hier mit Alkohol und mit Kiffen. Ja, und wir sind dann 2007 sind wir nach Texas gezogen, weil mein Stiefvater rüberversetzt worden ist. Da ging es dann richtig los. In welcher Stadt? Ich habe in der Nähe von Killeen gewohnt, um genau zu sein, in Carpress Cove, Zip Code 254. Du hast das tätowiert hier auf die... Genau, richtig. Mit Totenköpfen? Mit Totenköpfen, genau. Und der Bundesstaat Texas. Was ist das für eine Stadt? Killeen, Fort Hood, bekanntlich unter Killertown. Wie kommt das? Es werden viele Leute umgebracht, viele vermisste Menschen. Womit hängt das zusammen? Kriminalität, Banden, Gangs, Blöds, Crips. Okay, und das heißt, du bist da hingekommen mit deinem Background, war jetzt nicht unbedingt der beste Umgang für dich? Ich habe mich wohl gefühlt. Ich wollte dorthin als Kind. Ich wollte so sein wie die Leute, die ich im Fernsehen gesehen habe. Snoop Dogg, Dr. Dre. Das waren meine Vorbilder gewesen. Okay, und das heißt, du bist da angekommen. Was hast du dann gemacht? Hast die nächsten Leute an der Ecke ausgecheckt? Ziemlich, ja klar. Du willst ja wieder an Drogen kommen. Also musst du irgendwie, musst du ja in Kontakt kommen mit Menschen. Und man fragt dann, ey, wie sieht es aus mit Weed und so. Und dann bist du drin. Du hast dann praktisch diese Connection. Ich erinnere mich noch an den einen Tag, wir waren da zu viert, waren wir dann beim Freund gewesen. Und das war auch so dieser Zeitpunkt, wo ich dann auch an Kokain dann praktisch schon dran war. Ja, haben wir den Stoff uns reingeballert. Und dann meinte der eine so, ey, die Nachbarn, die sind gerade am Ausziehen. Lass uns da einbrechen, wenn die gerade nicht da sind, dann holen wir mal was. Ich habe nicht lange überlegt, ja klar, die sind weg. Und dann über den Zaun dann gesprungen. Und jemand von der Nachbarschaft hat das mitbekommen. Wie, nicht nachts? Nö. Herrlichsten Tag. Herrlichsten Tag. Richtig, richtig blöd. Richtig durch, ja. Also Playstation aus, mal eben runter. Nö, der eine, der ist ja drinnen sitzen geblieben, hat so die Stellung, so ein bisschen gut gechillt, sein Brett gefahren. Und wir sind dann zu dritt, sag ich mal. Wie gesagt, einer war im Haus und drei sind mit mir rüber. Und das hat nicht lange gedauert. Und da kam die Polizei. Drei Autos. Und als ich das gesehen habe, bin ich wieder beim Freund, Freund, rein und habe mich, im Badezimmer habe ich mich praktisch eingesperrt, ja. Auf einmal kloppt so an der Tür und dann macht der Polizist rauskommen. Ich weiß, dass du da drin bist. Ich dann raus. Das hat noch keine Minute gedauert. Handschelle an. Handschelle direkt. Gnadenlos. Wirklich. Handschellen. Und zertritt ab in die Zelle. Aber es hat mich nicht gestört. Ich fand es noch lustig zu dem Zeitpunkt, muss ich sagen. Also ich fand es schon ganz cool dann. So da drin zu sitzen. Geil, ey. Das ist Gangster-Life. Hammer, ja. Also richtig blöde. Ja, einen Tag später, ein bisschen länger, ja, so zwei Tage, ein, zwei Tage später hat mich dann, meine Mutter mich dann rausgeholt. Und wir sind erst mal aufs anständiges Essen gegangen. Hab mit ihr geredet, aber gelernt hab ich nicht. Es ging weiter. Es ging schlimmer. Also es wurde schlimmer. Also du hast eben gerade, glaube ich, diese ganzen Gangnamen mit aufgezählt. Mhm. Waren die Leute, von denen du den Stoff bekommen hast, auch Teil in irgendwelchen Gangs? Anfangs nicht. Nee, die waren einfach, die haben einfach ihr Ding gemacht, ne. Ich bin dann, ich hatte erst so mit Crips, hatte ich zu tun gehabt. Was ist Crips? Das sind die mit den blauen Bandanas. Bandana ist so ein Kupftuch. Ja, wo du dann hinten dann oder hinten in den Taschen raushängen lässt und so oder um den Hals, ne. Genau. Und das ist wie so, das ist ein Markenzeichen, ne. Und du lernst halt erst mal Handshakes kennen. Gang-Zeichen verschiedene, ja. Da fängst du an, hier Blöd, hast du hier B, L, O, O, D. Dann hast du hier Five Star, ja. Das kleine B, das große B. Dann hier Crips Killer. Du musst, sag ich mal, diese Grundlagen beherrschen. Warum? Wenn jetzt ein OG kommt. Ein Original Gangster. Ein OG, ein älterer, der wirklich seine Erfahrung hat und er gibt dir einen Handshake und checkt dich praktisch und du machst einen Griff, machst du falsch. Du bekommst deine Flagge gezogen. Du kriegst wahrscheinlich, kriegst du wirklich, wenn du Glück hast, kommst du lebend davon. Weil das ist kein Spiel. Weißt du so, du bist auf dieser Straße, wenn du sowas einstecken hast und du wirst gecheckt, mach deine Aufgabe richtig. Weil alles andere ist fake. Und we are recognized real war so damals so dieses Motto, ja. Die Echten erkennen die Echten. Ja. Ich bin da immer mehr rein gerutscht und ich erinnere mich noch an den einen Tag. Wir wollten in einem sehr, sehr schlimmen Viertel, im schlimmsten Viertel, Carpress Cove, Sunset Avenue, so hieß die Straße, wollte mir Drogen abholen und es war, normalerweise war das so gewesen, dass Nate, wir generell immer Waffen einstecken hatten. Was für eine Waffe? Du hast 9 Millimeter, du hast, sag ich mal, hinten im Koffer, machst du AK-47. Ja, also es ist immer, kommt immer drauf an. Wohin fährst du? Mit wem? Was ist die Mission? Es spielen, viele spielt da eine Rolle. Ja. Hattest du eine Waffe? Zu dem Zeitpunkt hatte ich keine Waffe einstecken. Wir hatten die Waffen, als wir ausgestiegen sind, haben wir die im Auto gelassen. Und wir steigen aus, in diesem schlimmen Viertel und auf einmal kommt, du musst dir das so vorstellen, du hast hier ein Blockgebäude und hier hast du ein Blockgebäude. Und inmitten war so ein Hof und an den Seiten praktisch diese Parkplätze. Wir steigen aus dem Cadillac, steigen wir aus, Tür zu, wumm, und auf einmal, so als wisste jemand, dass wir kommen, kommt so hinten, weißt du, du hast hier diese Blockgebäude und dann kommt hier so ein Auto angefahren. Dieses Auto kommt angefahren und die, das Fenster runter und du siehst einfach nur noch Waffe und Nate sagt, Deckung, Deckung. Und ich bei mir in meinem Kopf auf einmal fiel ein Schuss so, bumm. Und bei mir war das so, auch im Kopf dann, bumm, und es gibt nur zwei Möglichkeiten. Leben oder Tod. Du denkst da nichts mehr anderes in dem Moment. Du bist in einer ganz, ganz anderen Welt. Ich sehe nur noch Big Mike Rellen hinter das Gebäude. Wumm, der war weg. Nate springt so hinter das eine Auto und ich praktisch hinter dem Cadillac, so hinter dem Reifen. Und es fielen noch Schüsse. Bam, bam, bam. Auf einmal hörst du einfach nur das Auto wegzischen. Du kommst wieder so langsam zu dir und du hörst auf einmal Leute kreischen. Du guckst dich um, du bist in einer anderen Welt. Wirklich, das ist ganz, ganz du bist dann im Tunnel wie drin. Das ist heftig gewesen. Du hörst Familien, hörst du kreischen. Zu dem Zeitpunkt, das war so nicht wirklich dunkel gewesen. Kinder haben im Hof gespielt. Das ist das, was ich realisiert habe, als ich dann so zu mir gekommen bin. Nate so, hey, Germany, everything good. Ich so, ja. Und dann habe ich so gefragt, hey, what's good with Big Mike? Und Big Mike, dann hinten so, Nate, hey, hey, hey. Everything good, everything good, yeah. Wir sind dann nochmal so langsam, so nicht direkt so, wirklich aus unserer Deckung raus, sondern erstmal so abgecheckt, was geht. Du legst dich nochmal erstmal unter, so unter die Karre, ist da noch irgendjemand, so guckst dich um, ne. Und dann hier, Big Mike, everything clear, Nate, okay, good, good, good. Dann wir stehen auf und wollte hoch, ja, praktisch unser Stoff abholen. Und er hat erst die Tür aufgemacht und weil er dachte, okay, gut, ja, die sind irgendwie hinter uns her. Könnte gut möglich sein, wir wissen es nicht. Wissen wir bis heute nicht. Der wollte erst sich die Tür aufmachen, dann denkt er so, hey, wir sind es, wir sind es, ah, ah, okay, okay, okay. Er guckt so durch den Vorhang, guckt da so, ah, alles klar, abgecheckt. Ja, dann sind wir rein, haben unser Stoff geholt und weg. Und, ja, das war so eine Sache, wo ich mich erinnere. Kam häufiger mal vor. Ja, du warst, ey, pass auf, wo du das gerade fragst, da war eine Situation und wir wollten praktisch unsere Ware, die wir hatten, wollten wir jemand anderem vorstellen. Wir kannten die Leute nicht wirklich. Aber, die Waffen, die waren, die hatten wir dabei. Wir gehen praktisch dem Apartment, sagen, gehen hin, klopfen an der Tür, die Tür, die geht auf. Zwei Meter hinterm Eingang sitzt ein Typ auf dem Sessel, wie ein Boss. Shotgun. Über den Oberschenkel liegen. Jemand anderes hat die Tür aufgemacht. Nate macht einen Schritt rein. Ich dachte mir, hm, Nate, we are here. Let's go. Und ich hab dann so, Nate, hab ich dann so gefragt, da stimmt doch irgendwas, nicht richtig? Und dann macht er so, ja, weil, stell dir vor, wir wussten ja nicht wirklich, wer da drin ist, aber wir hatten ja, den Stoff hatten wir ja dabei. Stell dir vor, du gehst dort rein, die Tür, die geht zu. Links aus dem Raum, rechts aus dem Raum und sonst noch, von was weiß ich, welchen Ecken kommen Leute und die Waffen auf dich. Dann bist du da zu zweit gegen zehn. Dieser Gefahr wollte mir, mir wollte dann nicht rein. Ah, also weg. Ja, das war auch so eine krasse Situation. Kam das irgendwann an den Punkt, dass du dachtest, okay, jetzt wird es mir zu heikel? Irgendwann wurde mir das zu viel, ja. Ich hatte dann zu dem Zeitpunkt, aber damals gab es, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, es ist wie so, wie Facebook oder MySpace, da gab es noch Wer kennt wen. Kennst du das noch? Nee. Über Wer kennt wen hatte ich dann, mit einer Frau hatte ich, die kenne ich von damals, mit der war ich mal in der siebten Klasse war ich zusammen. Sie hatte zu dem Zeitpunkt allerdings noch einen Freund gehabt. Aber das war uns egal, wir haben uns dann auch wieder verliebt, so. Übers Internet? Genau, richtig. Ich kannte sie ja schon von früher, ne? Ja, hab dann Sachen verkauft und mit dann ein Ticket hab ich mir geholt. Meiner Mutter auch nicht Tschüss gesagt. Ich erinnere mich noch, als sie mich fragte, wo ich hingehe, sag ich, weg. Auf dem Boden hat sie gelegen, hat geheult und nicht Tschüss gesagt. Und das Krasse ist, zwei Wochen, bevor ich nach Deutschland bin, das war 2010, wäre ich fast in den Knast gekommen drüben, in Amerika. Da war eine Story, Nate und ich, immer Nate, ja, Nate und ich, wir waren unterwegs, haben uns zwei Frauen klargemacht, da haben wir die heimgebracht. Diese Frauen, die waren in einer Familie von Reddecks und Reddecks in den meisten Fällen ist es so, die können Dunkelhäutige nicht abhaben und Nate war Dunkelhäutig. Ach krass. Wir fahren praktisch Country Road, fahren wir rein und da waren Leute, waren auf dem Weg gewesen, praktisch wo wir gefahren sind, das waren ihre Cousins und da haben wir kurz Halt gemacht und da haben die Cousins auch Nate gesehen, Dunkelhäutig, mich, die zwei Frauen, wir waren dort drüben auf dem Grundstück und das hat lange gedauert, auf einmal siehst du Blaulicht kommen, Sheriff. Ich war, zu dem Zeitpunkt war ich mit der einen Frau da und Nate war mit der anderen Frau da und Nate springt in seinen Auto, yo Germany, komm, ich hab's nicht geschafft, ich hab's wirklich nicht geschafft, es ging nicht, ich hab's nicht geschafft, der war so schnell, Nate ist weg mit dem Auto, der Sheriff hat's nur noch auf mich abgesehen. Aber ich meine, ihr habt ja eigentlich gar nichts Elegales gemacht, oder? Wir waren auf dem Grundstück. Achso. Wir waren auf dem Grundstück von anderen. So. Jetzt pass auf, ich bin dort über den Zaun gesprungen, der Sheriff hat das gesehen, die haben da im Auto, haben die auch links haben da praktisch diese Leuchte angemacht, wie so ein Helikopter-Licht, das ist richtig hell, also das sollte man nicht unterschätzen und ich durch den Wald und ich hab noch Weed einstecken gehabt und da macht er, da hat er durch sein Megafon gesprochen, dass er mich gesehen hat und dass ich rauskommen soll. ich noch Weed einstecken, dachte ich mir, das schmeiß ich nicht weg. Bevor ich noch rausgehe, hole ich mir jetzt ein Pape, hole mir das Weed rein, hab das Zeug hinter dem Baum erstmal noch reingezogen und dann bin ich raus. Das weiß ich noch. Da dachte ich mir, eh, René, du bist in zwei Wochen bist du in Deutschland, du hast schon die Tickets, weißt du? Jetzt pass auf. Ich dann raus und dann hab ich Alkohol gedrückt, aber ich hab so nur Alkohol, hab ich gestunken, ich so, nö, die Augen voll rot, und so voll kaputt von der Nacht. Nö, eigentlich soll man Tests machen, also verschiedene. Sag der, okay, gut, lauf mal hier die Linie, guck mal nach oben, dann leuchtet er mir rein und, und, und. Bist du dir sicher, dass du nichts getrunken hast? Ich so, jo. Dann hat er so praktisch auf die Station praktisch mein Date durchgegeben, die er dann gefragt hat und ich soll mich mal hinten reinsetzen. Hast du Familie hier? Ja. Mir werden, ich werde dich jetzt auf die Station mitnehmen. Hab ich gesagt, nee, 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 bitte nicht. Ich bin, zwei Wochen bin ich hier weg, ich will hier nicht mehr wohnen. Ich gehe wieder zurück dorthin, wo ich herkomme und ich hatte, in meinem Geldbeut hatte ich immer meinen deutschen Ausweis noch drin. Dann hab ich ihm das auch gezeigt. Ich sag, hey, hier, ne, deutscher Ausweis, kann das jemand bestätigen? Dann sag ich, meine Mutter, die kann das bestätigen. Und auf dem Weg macht der so zu mir, du weißt schon, was dir, was hätte passieren können. Mach ich so, wie meinst du das? Mach das so, der Typ, der da drin wohnt, von dem Grundstück, der hätte können rauskommen und dir einfach das Gehirn wegpusten. Genauso war das so, knallhart, wirklich. Ich so, Mach das so, ja, wir sind hier in Texas. Also krass. Ja, nur zwei Wochen drauf bin ich dann vom Shuttle abgeholt worden und bin weg. Wieder zurück nach Deutschland? Ja, und da hat mich praktisch die Frau vom Flughafen abgeholt, mit der ich dann geschrieben, habe. Aber mit Drogen, das ging immer weiter. Ich war mit der Frau, war ich dann, war ich zwei Jahre zusammen, aber es war sehr gewalttätig, diese Beziehung, sehr toxisch auch. Und wir hatten uns dann zwei Jahre später, 2010 bin ich bekommen, 2012 haben wir uns getrennt. Wieder Vollgas, Drogen, Alkohol. Dann war ich in der, so einen Tag, genau, abends war ich im Club war ich gewesen, hier Nachtticht Kaiserslautern war das gewesen. Zu dem Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt hast du noch Gläser bekommen, ob das jetzt noch so ist, weiß ich nicht, aber du hast Gläser bekommen, wenn du ein Getränk irgendwie wolltest, ja, irgendwie so ein Mischgetränk, Jackie Cola als Beispiel. Ich war so an der Seite von der Tanzfläche und, ja, Frauen auch, klar, am Tanzen, Typen da, so voll auf Crunk Musik, ich glaube, Lil Jon ist gelaufen und dieser eine Typ so voll auf Crunk, so voll die Leute am rumschubsen, ich dachte mir, ey, mach mal locker, ne, und da alt so, diese Frauen so, so voll so, und ich dachte mir, ey, das muss doch nicht sein, ne, voll paradox, ne, da hab ich so voll die Augen dafür, so, wenn jemand anderes so eine Frau hat, aber ich hab seit dem Zeitpunkt Frauen geschlagen, ne, so schon ein bisschen, ne, da hab ich gesagt, ey, die fühlen sich belästigt und so, ne, na, da hat er gesagt, er hat, ja, ist doch alles gut, ist doch alles gut, und das hab ich mal ein paar Mal angeguckt, da bin ich halt mal aggressiver geworden, hab gesagt, ey, es reicht jetzt, ja, und, ähm, da wollte er die Faust heben, ich hab ein Glas hatte ich in der Hand, hab in sein Gesicht reingedrückt, Batsch, umgefallen, wie ein nasser Sack, der ist umgefallen, wie ein nasser Sack, Blut geströmt, hier raus, er hat gelegen, ich hab gedacht, der wär tot, meine ganze Hand, die war hier auf, siehst ja hier die Narbe, die war auf, ich hab die Sehne gesehen, mein Knochen, darum, ich hab ein Hemd angehabt, das praktisch um, um meine Hand gewickelt, dann ab auf die Toilette, Wasser drüber, dann wieder drum, und ich dachte mir, Mist, und das hat nicht lang gedauert, da haben diese Köder, die schon darum, haben mich gesucht, ich dachte, wie komm ich da raus, ne, und dann bin ich nach vorne, bezahlt, und die haben da schon gestanden, die haben gewartet, Polizei angerufen, Krankenwagen, das Ganze ging vor Gericht, ich kann froh sein, dass ich, ähm, nicht in den Knast musste, weil, so viel gefehlt, noch so viel, war dann, ein paar Jahre auf Bewährung, und ich bezahle da heute noch ab, hatte Glück gehabt, dass er nicht umgekommen ist. Ja, aber von einmal ein Glas ins Gesicht, also es hört sich sehr schmerzhaft an, also, das war ja direkt hier an der Seite, an der Schläfe, ja, direkt, also es war gefährlich, ja, also ich hab da, so ein Stapel, nur von Ärzten, nur von Ärzten bekommen, ne, also kannst du ja ungefähr, die Summe, die ist hoch, wo ich da bezahlen muss, ja, ich hab weitergemacht, ne, also, es hat mich nicht irgendwie gehindert, so den Lifestyle praktisch weiterzugehen. 2014 hatte ich dann Arbeit gehabt, hab die dann verloren, und, Wodurch verloren? Ich hab einen Krankenschein nicht abgegeben, und dann ist das ein Kündigungsgrund. Ja, zu dem Zeitpunkt, das war schon ein krasser, das war schon ein krasser Tiefpunkt, muss ich sagen, ähm, hab ich eine Frau kennengelernt. Diese Frau ist recht schnell schwanger geworden, und das hieß dann, René, das Kind ist von dir. Das hab ich nicht geglaubt. Die das Leben zur Hölle gemacht, hab ich. Und ich bin dann, ähm, nach zwei Monaten zu meiner Anwältin, hab ihr die ganze Story erzählt, da hat sie gesagt, René, wir müssen Privatinsolvenz anmelden. Das hat auch alles geklappt, und sie hat mich dann auch in eine Wohnung reinbekommen, die Wohnung, die war halt schon, ich hab böse ausgesehen, die Wohnung, aber ich war einfach nur froh, ein Dach über dem Kopf zu haben, aber das hat wirklich asozial da drin ausgesehen, wirklich. Und, ähm, definiere asozial? Ey, Waschbecken von der Wand runtergehangen, und wirklich, die Küche so, einfach wie da, einfach nur, wie hingekackt, so eine Küche da drin, so hauptsache so eine Küchenzeile da drin, sehr klein, eng, die Wände total verqualmt und dunkel, alles, also es war, es hat sich nicht, hat sich nicht so wirklich wohl, es war wild da drin, also, bäh, egelhaft, babbisch. Aber ich war froh, einen Dach über dem Kopf zu haben. Die Frau, mit der, ähm, die dann schwanger war, die hat mir dann dort zum Teil auch gewohnt, und, ähm, wir haben uns nur gestritten, und, ähm, die hatte mir mal, im Streit, hatte die mir mal, äh, Cornflakes, so eine Cornflakespackung übergeworfen, ja, also da sind teilweise sind da Sachen geflogen gekommen, weil das war schon wild, ne, dann hab ich so das Grobe, hab ich mal, dann hab ich weggemacht, unter der Couch hab ich einfach liegen gelassen. Ja, wir haben uns dann aber auch recht schnell getrennt, weil es ist dann, das ist immer schlimmer geworden, das Ganze, und das ist auch dieser Zeitraum gewesen, da hatte ich im Monat, wenn es hochkommt, vier Pizzen zu essen gehabt, also, man kann sagen, pro Woche eine Pizza. Da erinnerte ich mich so, ey, Cornflakes, müssten doch irgendwelche unter der Couch sein. Und so drunter geleuchtet, und da hab ich so, mit die Cornflakes, ja, hab ich mir dann so rausgefecht, die waren voll mit, wirklich mit Haaren, alles mögliche, Tabak, was weiß ich, Gras, keine Ahnung war es alles, ja, voll, wirklich ekelhaft, und da hab ich mir, ey, ich hab doch ein Sieb, dann hab ich dir, ein Sieb hab ich dir reingemacht, hab mal Wasser drüber laufen lassen, und hab das dann immer, ein paar Mal hab ich das gemacht, bis, sag ich mal, dieser Kurbedreck weg war, und dann hab ich die praktisch, in so einen größten Becher, hab ich die reingemacht, hab dann Wasser reingemacht, so, Ersatz für Milch, und hab die dann praktisch gegessen. So, so, weg war ich, ja, ich hab dann, ne Nachricht dann, aus dem Nichts mal bekommen, wir hatten, als wir uns getrennt hatten, die, äh, die Frau und ich, die schwanger, wurde, und gesagt hat, das Kind ist von mir, hat mir dann irgendwann geschrieben gehabt, ja, dein Sohn ist auf der Welt, und, es war für mich so, wow, es könnte vielleicht ein Neuanfang sein, weißt du, und ich wollte unbedingt meinen Sohn dann sehen, ich war mir dann ziemlich sicher, auch als ich ihn gesehen hab, deswegen sage ich meinen Sohn, also ich gesehen hab, dass es mein Sohn ist, ist auch nicht zu verleugnen, wir haben es wieder versucht, wir sind in eine andere Wohnung dann, zu dem Zeitpunkt, wir sind jetzt schon in dem Jahr 2016, Ende 2016 haben wir uns getrennt, und bin dann wieder in diese, in diese Drogenszene, ah, rein. Das heißt, du warst schon eine kurze Zeit clean, als du dachtest, nee, clean war ich nie, clean war ich nie, ich hab das immer mal wieder gemacht, aber nicht so übertrieben, also, 2000, ab Anfang 2017, wo es dann anfingen, Kilos, Kilos bei mir zu Hause, und ab Fatigen, jaja, ich hatte angefangen gehabt, meine Kunden so anzuziehen, ja, so, was das Gras angeht, sie kommen, kaufen, aber ich wollte mehr, wurde immer höher, fing dann an, im Rotlichtmilieu, meine Geschäfte zu machen, lief auch ganz gut, muss ich sagen, ja, bin dann sagt, das was ich verdient hab, von Drogen verkaufen, hab ich dann so in die Funny Dollars investiert, oder an Labdances und so, ne, also, die Scheine flitzen lassen, Das war so mein Ding gewesen. Also, das heißt, von, ähm, Kornflex und am Dofa essen, wieder so ein bisschen nach oben, aber nicht auf eine gute, genau, durch, durch die Drogen halt, ne, also, extra Geld noch verdient. Ja, 2018, hab ich, eine Stimme gehört. Wo warst du da? Bei mir zu Hause. Einfach auf dem Sofa, oder? Ja, einfach gechillt, hab mir eine Stimme gehört, hör auf, mit allem, hör auf, hör auf. Warst du unter Drogen, oder? Ich war auf Drogen, zu dem Zeitpunkt, nur mir ging's nicht gut, mir ging's wirklich immer schlechter. Hör auf mit den Drogen, ich konnte von heute auf morgen aufhören. Das ging. Aber weißt du, was passiert ist? Es war ein kalter Entzug, ich hab geschwitzt. Nachts bin ich wach geworden und hab auf der Bettkante, hab ich gesessen, als hätte mir jemand einen Duschkorb über dem Kopf gehalten. So ist der Schweiß praktisch runter. Bäh! Ich war am Tag bestimmt vier, fünfmal duschen gewesen. Ich hab mich noch schlechter gefühlt. Und, Okay, das heißt, du warst auf dem Sofa, hast einfach eine Stimme gehört, auch während du drauf warst, hör auf damit. Richtig. Und hast gesagt, okay, letzten Cut, ich hör wirklich auf. Richtig, aber ich bin nicht klargekommen auf diesen kalten Entzug, also, hab ich mich einbeißen lassen in eine Psychiatrie, nach Rockenhausen. War dann zweieinhalb Wochen, war ich dann dort und bin ich auf den Gedanken gekommen, ja, ich möchte raus. Ich hab mich dort drin auch viel mit meinem Leben so beschäftigt, aber es waren für mich zu dem Zeitpunkt einfach immer andere, so, die an allem schuld waren. Ich hab nie meine Schuld so eingesehen. Und wer war schuld? Meine Mutter, mein Stiefvater, meine Ex-Freundinnen und und und, ja. Ja, dann bin ich zu den Ärzten und hab gesagt, ja, ich würde gern raus, da haben die gesagt, René, das ist ein bisschen früh, aber du bist freiwillig hier rein, also darfst du auch wieder freiwillig raus. Hab ich gesagt, ja, das will ich. Bin ich raus und es ging auch ein paar Wochen, ging es gut, dann hatte ich einen Rückfall gehabt. Alkohol, Gras, wieder all in, also wieder Vollgas, Pep. Stripclubs wieder. Stripclubs war wieder am Start, dann Bordell, ja, also alles in einem Tag, Vollgas. Und am nächsten Tag hab ich Zweifel bekommen, dachte mir, René, du kommst aus der Psychiatrie, kommst du raus und bist wieder drin. Ja, da wollte ich meinem Leben ein Ende setzen. Bin auf Selbstmordgedanken, bin ich gekommen. Das ging so tief, dass ich mir schon richtig ausgemalt hab, wie der Tod aussehen wird. Zu dem Zeitpunkt hab ich ein Bahnhofsgebäude gewohnt, ganz oben, und dachte ich mir, hm, ich könnte ja runterspringen, wenn ein Zug kommt. Aber dann dachte ich mir, hm, was ist, wenn ich falsch irgendwie aufkomme und bin mein Leben dann praktisch im Rollstuhl. Da muss was Sicheres her. Und ich hatte so eine, oben an der Deck hatte ich so eine Klappe für den Speicher, dachte ich mir, hm, wenn ich einen stabilen Balken oben hinlege und oben auf dem Speicher warenbalken, hol mir einen Strick, dann hänge ich mich. Mit den Gedanken hab ich gespielt. Ich sag mal, höchstens zwölf Stunden hätten noch gefehlt. Dann wär ich weg gewesen. Und ich hörte, ich bin nachts, bin ich wach geworden. Und es war intensiv. Wie als hätte mich eine Biene geschlafen. Ich war wach auf einmal. Wach. Ich beschäftigte mich mit verschiedenen Fragen. Es liegt am Dunkeln, wer ich bin. Woher wir Menschen kommen. Was der Grund ist. Also, warum sind wir hier? Auf einmal kam die Frage, warum komme ich auf Selbstmordgedanken? Das habe ich auf Google eingegeben. Und ich bin auf psychologische Seiten bin ich gestoßen. Hab mir ein paar Stück durchgelesen. auf der einen Seite waren auf der Seite Psalmen zu lesen. Die haben mich gefesselt. Gezogen. Es hat mich angezogen. Also es hat sich so angezogen gefühlt. Habe ich auf Google eingegeben gehabt, was sagt die Bibel zu Drogen? Was sagt die Bibel zu Alkohol? Und ich habe meine Antworten habe ich bekommen. Und daraufhin dachte ich mir, ich bestelle mir eine Bibel. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass es verschiedene Übersetzungen gibt. Da kam auf einmal die Elberfelder Bibel. Und ich Neues Testament angefangen. Ich habe noch keine Seite gelesen. Ich bin nicht klargekommen. Es war heftig. Es war schwierig für mich zu lesen. Da habe ich auf Google eingegeben gehabt, das weiß ich noch, gibt es eine Bibel, die leicht zu lesen ist? Auf die Hoffnung für alle bin ich gestoßen, habe ich mir die Neuen Testament angemacht, ließ sich richtig gut lesen. Und ich bin dann praktisch dann Matthäus bin ich durch, Markus, Lukas Evangelium. Und umso mehr ich darin gelesen habe, ich muss dazu sagen, ich habe mir vorgenommen gehabt, jeden Tag so Minimum eine Stunde zu lesen. Das hat auch geklappt. Das war ganz gut. Das hat mich so sehr, umso mehr ich gelesen habe, umso mehr hat mich das gefesselt. Ich wollte immer mehr wissen. Und es hat mich immer mehr so gezogen und gezogen. Und ich habe immer mehr so, es hat sich gut angefühlt, was ich lese. So umso mehr ich lese, umso mehr, als würde ich, sag ich mal so, mit Liebe beschossen werden. So, weißt du, wie versuchte ich das wirklich so, um das sich bildlich einfach mal vorzustellen. Und dann bin ich im Johannes Evangelium angekommen, weil alles, was ich gelesen habe, habe ich verglichen mit meinem Leben. Und im Johannes Evangelium macht es, bumm, Klatsch, wirklich, wie ein Schalter, bup. Und ich bin auf die Knie gefallen, ich habe Gott um Vergebung habe ich gebittet, ich habe geheult. Und Was hast du da gelesen? Ich hatte Johannes 14,6. Ach so. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich habe eine Liebe zu spüren bekommen, eine Annahme. Die habe ich noch nie bekommen. Und das ist das, was mir immer gefehlt hat. Gott hat mich angenommen. Er hat mir vergeben. Er hat mir all das vergeben, was ich falsch gemacht habe. Hat Gott gesagt, René, du gehörst jetzt zu mir. Und er hat mir mitgegeben gehabt, René, hol dir jetzt mal ein Blatt Papier. Diese Eingabe habe ich bekommen. Und schreib deine Sünden auf, die du getan hast. in der Vergangenheit. Also alles, was du verbockt hast. Drogen verkauft, Frauen geschlagen, andere beleidigt, Mutter, und, und, und. Da hat Gott mir gesagt, René, ich gehe dich entschuldigen. Und bei jeder Person, wo ich bisher war, hat das angenommen. Sie haben gemerkt, dass es aufrichtig war. Weißt du noch, als du zu der Mutter von deinem Sohn gefahren bist, oder so, wie das war? Ja, ich bin praktisch, mit dem Zug bin ich dann dorthin gefahren. Und als ich dann vor der Tür stand, habe ich geklingelt. Und sie hat dann aufgemacht, hat mich dann gefragt, was ich hier will. Und habe ihr halt gesagt, was in meinem Leben passiert ist. Und da ich mich entschuldigen möchte, für das, was ich ihr angetan habe. Sie erst mal so guckt. Und die konnte das erst gar nicht so glauben, was sie da hört. Ja, so aus meinem Mund. Und ich dachte, weil sie so verwundert war, dachte so, ich wäre von dem einen Extrem ins andere Extreme praktisch gerutscht. Ich weiß nicht, so in einer Sekte drin oder so. Das hat erst mal so seine Zeit, hat das gedauert, bis sie... Weil du so gesagt hast, ich habe jetzt die Bibel gelesen, ich möchte mich entschuldigen. Ja, jetzt nicht alles so schnell. Ich habe da schon, sag ich mal, schon alles so, schon detailliert, habe ich ihr da schon versucht zu erklären. Aber es war für sie, ja, erst mal so, wie so ein Brett vor dem Kopf. So, weißt du, es kommt auf einmal so voll schlagartig. bap, weißt du, so aus dem Nichts. Und seine Zeit hat das halt gebraucht, bis sie mir das da Glauben schenken kann. Und umso mehr Zeit da praktisch vergangen ist, sie auch gemerkt hat, durch meine Taten, dass ich auch Interesse zeige, also aufrichtige Interesse, sag ich mal, an dem von unserem gemeinsamen Sohn. und dass ich mich kümmern möchte. Und hat sie das dann halt gemerkt dadurch. Und wir verstehen uns super, jetzt heute. Wir verstehen uns super. Wir sind in keiner Beziehung, aber wir ziehen an einem an einem Strang für unseren Sohn. Sie können ganz, ganz anders ausgehen. Ganz anders. Aber es war nicht so. Und ich bin Gott dafür dankbar. Ja, sondern aber auch andere Sachen. Ich habe ja aufgehört mit den Drogen. Alkohol. Was hast du mit denen gemacht, was du noch zu Hause hattest? Ich habe da sogar noch ein Video auf dem alten Handy. Ich hatte noch, glaube ich, zehn Gramm hatte ich noch an Gras hatte ich da. Und meine Waage hatte ich zu Hause. Ich habe ein Video, habe ich angemacht, mit meinem Handy. Da habe ich praktisch das Gras, habe ich da praktisch, es waren knapp zehn Gramm, was war es, was waren es, sieben, acht Gramm, rund zehn Gramm waren es gewesen. Ich das praktisch reingemacht. Also auf die Waage, da war wie so eine Schüssel, so ein Behälter, wo man praktisch das Gras reinmachen kann. Und abgewogen, haben wir alles auf dem Video dann auch gesehen. Und dann bin ich praktisch damit, bin ich ins Badezimmer, Toilettendeckel auf, alles auf Video, reingeschüttet, Toilettenpapier drauf, damit alles schön runter ist, und abgespült. Kamera richtig schön reingehalten noch und dann waren noch ein paar so Krümle, nochmal Toilettenpapier drauf und weg. Und da war alles weg. Und das habe ich auch gemacht mit den Alkoholflaschen. Ab, weggekippt, raus, weggekippt. Finito. Großen Respekt, großen Respekt. Ich bin Gott dafür dankbar. Also ohne Gott, das sage ich jedem, wo ich diese Geschichte erzähle, ohne Gott würde ich nicht hier sitzen. Ohne Gott hätte ich das alles nicht geschafft. Und ich möchte da was mitgeben, vielleicht auch an die Zuschauer. Kein Mensch kann so tief unten sein. Keiner. Damit Gott ihn nicht da rausholen kann. Keiner. Das war mir wichtig mitzuteilen. Stark. Ja. Jetzt, vier Jahre später, du hast kein Alkohol mehr getrunken. Nee. Keine Drogen. Nee. Du hast einen Job. Was machst du? Ich habe einen Job, einen anständigen Job. Ich habe ja Systemelektroniker gelernt. Ich bin auch praktisch in dem Bereich bin ich tätig. Macht mir Spaß. Ich fühle mich auch gut aufgehoben. Ist ein toller Job. Ich habe jetzt auch meinen Führerschein, was ich vorher nicht hatte. Mache Rap. Immer noch. Aber nicht dieselbe Schiene wie damals, sondern Rap mit Message aus meinem Leben. Egal, wie tief man war, ist es nie zu spät. Das ist doch richtig. Hammer. Und es gibt ja diesen Film von Eminem. Eight Mile. Da ist auf dieser, beziehungsweise vorne auf dem Cover, steht ja im Deutschen, jeder Augenblick ist eine neue Chance. Lass das mal durch den Kopf gehen. Das geht tief. Ist es wirklich? Es ist möglich. Es ist möglich. Hammer. Jeder Augenblick ist eine neue Chance. Richtig. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich danke dir für das Interview und die schöne Zeit. Und ich hoffe, dass ich das Video zu Herzen nehme. Und auch an euch ein großes Dankeschön. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt doch gerne den Daumen hoch und abonniert den Kanal, damit ihr auch beim nächsten Video mit dabei seid. Dann sehen wir uns dort. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.